Ja, hallo meine Lieben, ich bin im Krankenhaus und ich habe eine schlechte Nachricht. Unser Baby haben wir leider verloren im vierten Monat. Heute früh hatte sie Schmerzen und habe ich sie zum Krankenhaus gebracht. Und hier haben sie gesagt, ja die Fruchtblase war geplatzt. Und ja, natürlich bin ich traurig, weil ich will unbedingt noch ein, zwei Kinder, Inschallah hoffentlich. Und ich habe zum Glück ja zwei gesunde Kinder. Sie hat zwei gesunde Kinder und alle Kerlen gesund. Und da danke ich natürlich Gott. Und das passiert leider. Und seid nicht traurig. Ich versuche auch nicht traurig zu sein. Ich bin natürlich traurig, aber was willst du machen? Wir müssen immer vorwärts schauen. Okay, also liebe Grüße und passt auf euch auf. Und ich, sie ist gesund. Sie ist gesund, das ist natürlich auch sehr wichtig. Und wir müssen halt darüber hinwegkommen. Und euch alles Liebe und alles Gute.